Kunden sind ängstlicher, Kunden wollen sparen, Kunden wollen kein Geld ausgeben. Sie überlegen zweimal, brauche ich das? Ist das jetzt wirklich wichtig? Lieber nicht. Ist das zu teuer? Wo ist der Wert? Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Wie können wir trotz Inflation ein großartiges Kundenerlebnis bieten? Fragezeichen. Preise steigen und damit auch die Qualität der Dienstleistung, unseres Serviceangebotes, unserer Customer Experience? Fragezeichen. Speck ist so teuer wie früher Filet Mignon. Da können wir uns eigentlich nicht mehr entziehen, dieser Problematik. Spätestens wenn wir an der Tankstelle ankommen und unseren Tank vollgetankt haben, sind wir mitten in der Thematik. Die Inflation zählt zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten zu den größten Sorgen in Deutschland, aber vor allem auch in Amerika, was ja auch immer ein Indikator für unsere Wirtschaft ist. Kunden schränken ihre Ausgaben ein und überlegen sich zweimal, wo sie einkaufen, wo sie auch übernachten, in welchem Restaurant sie, zu Abend essen und generell, wo sie ihr Geld ausgeben. Unter normalen Umständen waren 67% der Kunden bereit, für Komfort und Kundenservice mehr zu bezahlen. Ein Kunde oder eine Kundin ist heute allerdings nicht bereit, sein Geld für weniger auszugeben. Herzlich willkommen zum Podcast CX Tuning Hacks heute, ganz besonders zu dieser Folge. Das ist natürlich ein Brennthema, den können wir uns auch nicht entziehen. Und heute geht es in der Folge um fünf Wege, trotz Inflation trotzdem die Kunden treu an eure Marke zu binden und sie auch wirklich ihnen zu begegnen, auf eine Art und Weise, die wirklich Customer Experience Love verkörpert, trotz Inflation. Wir kommen ja im Prinzip gerade frisch aus der Covid-19-Pandemie-Krise direkt rein in die Inflationskrise. Was macht das mit uns? Was macht das mit den Kunden? Wo stehen die? Was erwarten die von uns? Welchen Approach, also welche Haltung erwarten die Kunden von Unternehmen jetzt in dieser neuen Situation? Erstens, der Kunde braucht mehr Vertrauen denn je. Okay, ja, und wieder dürfen wir uns neu erfinden und einen ganz neuen Ansatz in unserer Denke abrufen. Heute möchte ich besonders darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, dass du auch die Mitarbeiter eben mit ins Boot holst und bei der Stange hältst. Das heißt, informiere sie auch über diese Situation gerade. Informiere sie über die Nebenwirkungen der Inflation. Was heißt überhaupt Inflation? Klär das in euren Briefings. Wo stehen wir gerade? 7,6 Prozent jetzt im April in Deutschland, Tendenz steigend. Und welche Bereiche auch der Konsumgüter betrifft das, die in Preisen nach oben gehen? Wie kann ich mich da auch dagegen, ja, ein bisschen schützen ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht kann, wie kann ich mich darauf einstellen? Das trifft es besser, ja. Und was hat das auch für Auswirkungen auf mein eigenes Produkt? Muss ich jetzt Preise erhöhen? Und wie muss ich die Preise dann auch mit einem Service beziehungsweise mit einer Produktqualität hinterlegen? Die Bedeutung, die dürft ihr jetzt, die darfst du jetzt in deinen Briefings, in deinen Meetings wirklich klar herausstellen. Vertrauen schafft, wenn ihr euch auf die neuen Kundenbedürfnisse einstellt. Das heißt, leistet von vornherein diese reibungslosen Abläufe, weil das ist das, was der Kunde jetzt will. Der hat keine Geduld. Der möchte sich nicht auf Problemgespräche einlassen. Der verlangt jetzt, oder sie, die Kundin, verlangen jetzt erstklassigen Service. Denn das baut dann wiederum Vertrauen in eurer Marke auf. Also, erster Punkt, der Kunde braucht mehr Vertrauen. Spart euch zu viel Gerede und wenig Eigenverantwortung. Die Verbraucher entscheiden mit ihrem Geldbeutel über das Vertrauen, was sie eurer Marke entgegenbringen. Und nichts anderes. Werdet euch das klar. Zweiter Punkt. Ganz klar, bietet exzellenten Service. Das geht natürlich wieder flexibel. Und auch, wenn wir zeigen, und zwar in der ganzen Customer Journey, dass wir auf individuelle Art und Weise auf den Kunden eingehen. Bleibt so nah dran wie möglich. Ihr seid empathisch und zeigt, ich kümmere mich um dich. Ich bin hier. Das geht auch schriftlich. Das geht auch unten. Viele E-Mails, die ich auch selbst bekomme, die sind sowas von unpersönlich, wo ich sage, da kommt doch überhaupt nicht rüber, dass jemand mich sieht als Kundin. Und da könnt ihr wirklich punkten. Was bedeutet das für die Führungskräfte? Ja, verbringt weniger Zeit im Büro vor euren Computern. Stattdessen geht raus. Seid wirklich mobil connected mit Devices, ja, mit euren Mobile Phones und auch mit euren Apps. Seid da aber dort, wo die Kunden auch sind, wo das Kundengeschehen wirklich abläuft und wo ihr auch wirklich abchecken könnt, beobachten könnt, ob jetzt hier ein Experience Gap, also eine Lücke von dem entsteht, was ihr denkt, an Service zu liefern und was der Kunde dann wirklich auch empfängt. Weil da ist eben die Frage, kommt hier der hervorragende Service auch beim Kunden an, ja oder nein? Und eure Aufgabe ist es jetzt, wenn du Führungskraft bist, eben genau diese versteckten Gaps, diese versteckten Lücken aufzudecken, eben da zu sein, ja, da zu sein. Und nicht, wenn halt, ja, vier Leute in eurem Store stehen und ihr seht, dass ein Attendant rumrotiert und überhaupt nicht klarkommt, ihr euch hinter eurem Computer eben versteckt und Dienstpläne schreibt beziehungsweise Bestellungen macht. Das ist wichtig, keine Frage. Aber wenn ihr während der Inflation wirklich auf Kundenbindung longterm, also langfristig ausgeht, dann empfehle ich euch, seid da, wo die Kunden sind. Denn das sichert euch dann den Wettbewerbsportal in der Zukunft. Macht Service Excellence in der Kombination mit Proaktivität zu einem starken Unternehmenswert. Dritter Punkt. Schnelle Reaktionen mit digitalen Lösungen und Daten auf eben genau diese veränderten Kundenbedürfnisse. Ja, wir haben jetzt ganz wieder neue Kundenbedürfnisse. Kunden sind ängstlicher. Kunden wollen sparen. Kunden wollen kein Geld ausgeben. Sie überlegen zweimal, brauche ich das? Ist das jetzt wirklich wichtig? Lieber nicht. Ist das zu teuer? Wo ist der Wert? Und hier hat eben das Internet auch die Art und Weise komplett verändert, wie wir die Dinge kaufen. Ja, und das heißt, wo befindet sich der Kunde, wo zieht er seine Informationen her, geht er erstmal ins Internet und kriegt die ganzen Informationen über das Produkt und wo sind auch die Online-Bewertungen eben angesiedelt? Eher so im Drei-Sterne-Bereich, Zwei-Sterne-Bereich oder doch richtig klasse Top-Bewertungen im Fünf-Sterne-Bereich. Und da passiert eben auch die Kaufentscheidung, besonders in Zeiten auch von Krisen, wie wir jetzt wieder haben. Also, es ist ganz wichtig, dass eben Daten, solche Daten genutzt werden, das heißt Feedback-Berichte, Kommentare aus sozialen Medien, und auch die Softwares, die ihr momentan in der gesamten Customer Journey nutzt, sammelt die Daten und analysiert die und zwar nicht nur einmal im Monat beziehungsweise schaut da ab und zu mal auf das Dashboard, wenn ihr idealerweise ein Dashboard habt, sondern wirklich macht euch das zu einer wöchentlichen Routine und wertet die konkret aus. Weil das sind genau die Hinweise, die euch weiterhelfen bei den Entscheidungen. Welches Produkt, welcher Preis, wo siedle ich mich hier an, wo sind die Erwartungen und auch, ja, wo treffe ich die Erwartungen genau? Also, das hilft euch ganz konkret rauszufinden, was suchen die Menschen wirklich? Kunden sind Menschen, genau. Was wollen die Menschen jetzt in ihrer Lebenslage, dass sie diese Kriseinflation bewältigen, bestmöglichst, ja? Setzt euch mit Digitalisierungsprozessen wirklich auch die richtigen Prioritäten. Reduziert besser alles auf ein spezielles Projekt und nicht mehrere kleine völlig verstreut, zerstreut, ja, wo auch die Gefahr besteht, dass ihr euch verzettelt beziehungsweise das alles auch in die Länge gezogen wird, es nicht in die Umsetzung kommt. Konzentriert euch auf eins. Priorisiert das und erreicht damit direkt den Kunden, ja, und vermeidet Verwirrung und Ineffizienz und Zeitverlust, Zeitverschwendung. Gebt auch der menschlichen Note hohe Priorität. Post-Covid-Umfragen haben das ja eindeutig ergeben, dass ein menschlicher Kontakt entlang der Kundenreise wirklich notwendig ist. Also zum Beispiel im Hotel oder auch in jedem anderen Online-Buchungsprozess gibt dem Besucher der Plattform die Möglichkeit, sofort mit einem Menschen per Chat oder mit Telefon, per Telefon in Verbindung zu treten. Das kann durch einen aufploppenden Button sein oder eine einfache Notification, also ein einfacher Vermerk. Bei Fragen rufen sie dort und dort an, wo dann auch jemand rangeht, wo ich dann nicht in einem endlosen Callcenter lande, ja. Das ist wirklich Customer Experience par excellence, was Vertrauen schafft, long term, auch noch nach der Zeit der Inflation hinaus. Und das ist auch das, wo ich dann sage, ich bleibe hier mal lieber bei dieser Marke und wechsle jetzt nicht einfach, ja. Das ist Werbung in eigener Sache. Du willst wissen, wie du zur Lieblingsmarke deiner Kunden wirst. Wie man erfolgreich auf den Punkt kommuniziert in jedem Gespräch, sei es B2B oder B2C. Du willst wissen, wie bestehende Prozesse kundenorientiert umgebaut werden und unnötige Abläufe eliminiert werden und du bist neugierig, was sich hinter dem Zielsatzprinzip von Dr. Stefan Wachtel, der sogenannten Trichtermethode, verbirgt. Dann melde dich an beim Briefing Customer Executive Modus Workshop in Frankfurt erstmalig dieses Jahr in Deutschland und zwar am 24., 25. und 26. Juni 2022. Du kannst dich anmelden für das Seminar auf der Webseite www.customer-experience-now.com oder du gehst einfach auf meine Firmenwebseite www.amelung-partners.com und folgst dem Link und meldest dich an. Wir freuen uns auf dich. Eine persönliche Betreuung ist eben unerlässlich. In den Augen der Kunden ist dies ein Riesenvorteil. Konzentriert euch eben auf die wichtigsten Bedürfnisse der Kunden. Das ist der Punkt, an dem ihr punktet, um es mal ganz einfach zu sagen. Heute ist, ich nehme den Podcast auf am Freitag. Der erscheint am Montag. Und Montag ist es ein guter Tag, wirklich, um zu sagen, lasst uns heute mal definieren, was sind denn die wichtigsten Kundenbedürfnisse von Persona. Eins, zwei, drei, vier. Schreibt das ruhig mal auf. Was wünschen die sich? Und dann kommt ihr auch sicher durch die Inflation. Kommuniziert mit Wert ist der vierte Punkt. Wendet ihr agile Methoden an? Fragezeichen. Diese schnelllebige Wirtschaft erfordert natürlich eine schnelle Anpassung an den Markt mit Preisen und Serviceänderungen. Seid ihr auf die verschiedenen Szenarien vorbereitet? Nutzt ihr Design Thinking Methoden, um genau diesen innovativen Wert, also diese Idee, die da irgendwo schlummert, in irgendeinem Teil von eurem Team, diese Idee, die braucht es genau in dieser Zeit, um eben für euren Kunden von innen heraus Mehrwert zu schaffen. Eine werteorientierte Kommunikation eben sorgt dann im zweiten Schritt in diesen unsicheren Zeiten für diese hohe Kundentreue. Was heißt das übersetzt? Also das heißt übersetzt, ihr findet heraus, was ihr besonders tun könnt für eure Kunden und dann kommuniziert ihr das eben. Ihr kommuniziert zum Beispiel, dass ihr eine Minibar inkluiert habt in den Zimmerpreis oder ihr beschreibt ganz explizit, dass dieses kostenlose Begrüßungsgetränk eben ein Anreiz ist beziehungsweise ihr beschreibt das, ihr geht mit den Gästen oder Kunden ins Gespräch darüber. Ja, also ihr betont das auch schon, wie wichtig das ist. Ihr zeigt Interesse an dem Kunden. Ihr betont, wenn zum Beispiel bei einer zweiten Bestellung dann eben vielleicht ein Rabatt eben angewandt wird. Ja, das sagt ihr. Und weil so, so kommuniziert ihr das richtig und unterstreicht eben die Wertschätzung. Das ist ein Moment, eine Chance, die solltet ihr auf keinen Fall auslassen. Besonders jetzt ist das zu betonen. Ja, macht auch nochmal euch klar im Team, wo könnt ihr den Extraschritt gehen? Wo gibt es vielleicht doch noch eine Lücke, wo ihr sagt, oh hier habe ich keinen Follow-up gemacht beziehungsweise hier könnte ich mal nochmal eine Nach-Mail schicken beziehungsweise nochmal anrufen, mich vielleicht für den Auftrag bedanken und vielleicht doch nochmal sicherstellen, dass die Nachricht auch gut so angekommen ist, wie ich eigentlich gedacht habe. Ja, das ist wichtig in diesen Zeiten. Macht das, kommuniziert den Wert und betont das nochmal. Fünfter Punkt, letzter Punkt. Das Leadership-Team sollte wirklich ausgerichtet sein auf gemeinsame Ziele. Wir leben in unsicheren Zeiten. Wir leben in unsicheren Zeiten. Customer Experience sollte auch in diesen Zeiten der Inflation auf der Agenda der Führungsebene als oberste Priorität verankert sein. Die gezielte Unterstützung durch die Führung im Unternehmen ist das A und O, wenn es um Kundenzufriedenheit geht. Und die ist dann auch messbar. Ja, also man kann ganz eindeutig sehen, wo sich Vorstände beziehungsweise auch Eigentümer wirklich nicht so darum scheren, was die Kunden jetzt denken und eher wirklich ihren Fokus auf finanzielle Ziele nur alleine richten. Ja, das sind dann auch die Hotels, wo dann wirklich halt immer diese grausigen Kommentare kommen. Da kannst du nichts machen. Ich mache das auch manchmal, dass ich im Rückblick, ich weiß, ich sollte das nicht tun, manchmal raubt es mir meine Zeit, aber ich mache es trotzdem, dass ich auf TripAdvisor gehe und so Hotels, bestimmte Hotels einfach abrufe und denke, jetzt guck doch mal, wie die sich so machen. Was ist denn aus denen geworden? Das war doch dieser, naja, unsympathische Hotelmanager beziehungsweise auch Eigentümer. Ja, und irgendwie ist es immer dann dasselbe Ergebnis. Das sind dann wirklich die grausigsten Kommentare, die dann irgendwie trotzdem noch durch das Netz geistern. Ja, und so ist das. Wenn dann das Management-Team nicht an einem Strang zieht, dann kriegt ihr auch den Kahn wirklich nicht hoch. Ja, die größte Herausforderung natürlich im Bereich Kundenerfahrung, selbst im Gastgewerbe, sind natürlich dieses Silo-Denken. Das heißt, Marketing denkt in eine Richtung, Sales denkt in die andere, im Hotel ist es natürlich Housekeeping, macht immer die meisten Fehler, beziehungsweise Restaurant ist immer im Stress und hat keine Zeit, dem Guestservice irgendwelche Informationen zu geben, beziehungsweise vice versa. Das ist einfach selbst im People-Business-Hotel leider Gang und Gebe. Silo-Denken. Ja, stellt euch diese großen Silos vor, so ist das. Dem dürfen wir entgegenwirken mit Cross-Functional-Customer-Verständnis. Also abteilungsleiterübergreifende wirklich Kunden-Mindset. Und das ist wirklich ein Punkt, der natürlich in Zeiten wie Inflation, Krise, Unsicherheit, Sorgen, ja, also wenn wir es mal runterbrechen, was ist denn wirklich, wie fühlen sich denn die Gäste und Kunden wirklich? Die sind einfach ängstlich, die haben Existenzängste, sie wissen nicht, was morgen ist, sie wissen nicht, was mit ihren Spareinlagen wird, sie wissen nicht, wie viel Geld, ja, wie viele Verpflichtungen da finanziell auf sie zukommen für die einfachsten Dinge des Lebens. Sie gehen in den Supermarkt und müssen sich wirklich überlegen, oh, kann ich das jetzt kaufen oder nicht? Das überschreitet einfach mein Budget. Und das sind wirklich einschneidende Ängste, mit denen, ja, wir alle irgendwo zu tun haben. Und wenn ihr da, wenn du da als Unternehmer, als Führungskraft beziehungsweise, ja, unmittelbar mit den Menschen zu tun hast und sagst, okay, wo stehen wir im Unternehmen? Wo sind unsere Werte? Wie handhaben wir das? Und ihr seht alle an einem Strang. Dann schafft ihr es wirklich, flexibel zu agieren, agil und kundenorientiert, wirklich eure Teams auch zu organisieren und so auch zu agieren. Und das macht natürlich den Kunden wirklich glücklich, weil er bekommt einfach diese Kundenliebe, die er jetzt braucht. Jedes Mal, wenn Sie mit dem Unternehmen in Kontakt kommen, brauchen Sie das. Das garantiert dem Unternehmen nachhaltiges Wachstum auch in den kommenden Monaten. Fazit. Inflation geht alle an. Lebensmittelpreise, Energiepreise gehen durch die Decke und Personalkosten, die auch steigen durch den Mindestlohn, die verstärken die ganze Spirale noch nach oben. Deshalb nochmal die fünf Punkte im Schnelldurchlauf für dich. Erstens, baue Vertrauen zum Kunden auf mehr denn je. Er braucht jetzt die Bestätigung oder sie. Sie sind unsicher, zögern, wollen das Geld nicht ausgeben, erst wenn Sie den Wert wirklich dahinter sehen. Nutze digitale Lösungen, um schnell auf sich rapide verändernden Umstände und auch Kundenbedürfnisse einzugehen. Mach die Analysen täglich, mindestens wöchentlich. Verschiebe das nicht auf die Monatsanalyse. Sei da ganz nah dran. Frage um Feedback, wo es nur geht, in einer proaktiven Art und Weise. kommuniziere und das ist der dritte Punkt, den Wert, der hinter euren Preisen steht, in jeder Situation. Viertens, habe dein Leadership Team wirklich auf deiner Seite an einem Strang ziehend und auch kommunikativ immer mit an erster Stelle verbunden mit dem Team. Und den letzten Punkt, den fünften Punkt, den habe ich eigentlich vorher erwähnt, aber ich habe ihn zum Schluss gesetzt, weil natürlich der exzellente Service das A und das O ist. Das heißt, ich habe da vielleicht noch einen kleinen Hack für euch und zwar versetzt euch einfach in so eine Pre-Eröffnungsphase. Also wieder so, wie es am Anfang war. Setzt alles zurück auf Null. Trainiert euer Team nochmal. Geht nochmal die ganzen Produktbeschreibungen durch, dass die das alles wirklich konzeptionell auch beschreiben können dem Gast. Wenn so ein Hotel oder ein Restaurant eröffnet, dann sind wir alle total hyper, dann sind wir alle total trainiert und wissen die Preise und dann wissen wir die, aus welchem Material, aus welchem Marmor die Bar gemacht wurde, dann wissen wir wirklich alle Zutaten von jedem Cocktail. Wir sind einfach top-notch vorbereitet und genau in diesen mentalen State of Mind dürfen wir unser Team jetzt wieder bringen. Weil dann kriegt der Kunde und der Gast nämlich von euch wieder dieses super exzellente ja, dieses Erlebnis, dieses Service und das ist das, was ihnen ja, dieses Geld ausgeben lässt und auch wirklich dieses gute Gefühl hinterlässt trotz Inflation. In diesem Sinn, bleibt stark, überlegt gut, wo ihr die Preise erhöht und schraubt die nicht unwillkürlich nach oben, sondern plant das strategisch und operativ und denkt es durch und setzt es um. Wer da jetzt nochmal Statistiken nachlesen will, die werde ich hier in die Shownotes packen und es gibt auch auf LinkedIn den Newsletter von CX Tuning Hacks, da gibt es die ganze Information nochmal kompakt in Englisch, wer darauf Lust hat beziehungsweise wer Freunde hat und Kollegen, wo er es gern weiterschicken will, aber in diesem Sinn schicke ich euch mit einem positiven Impuls in diesen unsicheren Zeiten wirklich in eure Unternehmen und wünsche euch magische Momente mit euren Kunden und dass ihr sie auch ja in diesen Krisenzeiten wirklich unterstützt bestmöglichst. In diesem Sinn Stay tuned for your customers eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amlung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.